Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen sechsten Sendung von Der existierende Mensch. Diese Sendung jetzt ganz ungewohnt einmal als Aufzeichnung. Wenn Sie diese Sendung hören, wer mich gerade im Urlaub befindet, ja, schauen wir, vielleicht nehme ich auch im Urlaub einen interessanten Beitrag auf, schauen wir, was sich ergibt. Und heute bei mir im Studiogast wieder eine, ah, im Studiogast sage ich, ha, Sie hören, meine Damen und Herren, wir versuchen auch diese Sendung wirklich als Live-Sendung zu machen, gell. Sie ist zwar, sie wird zwar aufgenommen, aber ich hoffe, wir schaffen es, dass wir diese Versprecher nicht rausschneiden, weil ich glaube, gerade die Versprecher, die machen es auch aus. Die machen es interessant, das ist die Würze, ja. Also mein Studiogast heute hier, Mag. Mona Schneck-Skihab. Mona ist eine klinische Psychologin und hat in ganz, ganz vielfältigen Bezügen gearbeitet. Sie hat zu mir gesagt, ja, eigentlich arbeitet sie mit Menschen. Sie arbeitet zurzeit mit Menschen mit Behinderung. Sie hat auch mit sehr jungen Menschen, so gerade in den ersten ein, zwei, drei Jahren gearbeitet. Sie hat dann mit Menschen mit psychischen Erkrankungen gearbeitet, mit Eltern von Kindern und eben dann im Behindertenbereich, körperlichen und mehrfach Behindertenbereich. Also ganz, ganz vielfältig. Und ich glaube, wird heute eine ganz interessante Sendung mit dem Titel eben, wie gesagt, Behinderung und Sinn. Und da möchten wir ein bisschen so dahinter schauen. Ja, lassen Sie sich überraschen. Wir lassen uns auch überraschen. Ganz genau wissen wir es noch nicht. Wir haben uns ein bisschen was dazu überlegt, wie es werden könnte. Schauen wir mal. Mona hat uns auch wieder einiges an Musik mitgebracht. So das Einstiegslied von Seal Crazy. Aber auch noch andere, weitere Musik, ganz interessante. Wenn Sie diese Sendung nachhören wollen und auch noch andere Sendungen hören wollen, Sie wissen auf www.sinn-los.at. Da werden Sie informiert über die Sendung. Da können Sie auch Informationen über die Mona eben herholen. Können Sie sich da auch nochmal näher erkundigen zu dem Thema. Ja, damit Sie auch wieder, so wie bei den letzten Sendungen, ein bisschen was über meinen Studiogast erfahren. Ich glaube, ich starte mal wieder mit dem existenziellen Steckbrief. Mona, Name. Ja, mein Name ist Mona Schneck-Skihab. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Mona, geboren? Am 26. Dezember 1979. Aufgewachsen? In Salzburg, in Innsbruck, in Salzburg und in Innsbruck. Mona, was verbindest du mit deiner Kindheit? Das Erste, was mir einfällt, ist Bauernhof und mit allen Sinnen die Welt zu erleben, zu erobern. Neugierde, viele Tiere, viele Pflanzen. Es war immer was los. Immer was los. Mona, und dann? Ja, nach der Kindheit habe ich den Prozess meines lebenslangen Lernens fortgesetzt, eine Familie gegründet, mich ausgebildet oder ausbilden lassen zur klinischen und Gesundheitspsychologin, wie du vorher schon gesagt hast. Ja, und bin weiterhin neugierig, bin weiterhin interessiert zu lernen. Ja, will mich jetzt zur Psychotherapeutin weiterbilden lassen. Bin interessiert an Forschung, an Begleitung, wie du schon gesagt hast, eben an der Arbeit mit Menschen. Mona, und was machst du gern, wenn die jetzt, klingt ja ganz, ganz vielfältig, auch wie du sagst, mit den ganzen Ausbilden, sehr, sehr viel, auch wie du sagst, jetzt Psychotherapieausbildung. Was machst du sonst noch gern? Was machst du denn überhaupt gern? Ja, ich lebe da in Innsbruck. Das ist für mich ein sehr toller Ort zum Leben. Ich gehe gern raus, gehe gern wandern, schwimme sehr gerne, spüre mich gern an der Luft, bin gern mit Freunden unterwegs, mit meinem Kind, meinem Mann. Ja, ich liebe das Leben. Ich glaube, das hören Sie ganz gut, meine Damen und Herren. Ja, wir haben halt wirklich auch jemanden da, der richtig von Leben sprüht. Ja, und ja, schön, super. Mona, wie wir uns so über die Sendung unterhalten haben, wo wir, ja, ich bin ein bisschen so an die Haaren getreten, habe gesagt, du, Mona, hättest du nicht Interesse, möchtest du nicht zu mir in die Sendung kommen, wenn wir uns das Thema Behinderung und Sinn anschauen, ja, da, ja, das war, das hat mich echt beeindruckt, war eigentlich gleich so da, ja, spontan, möchte ich, ja, wow. Mona, wieso interessiert dich das Thema? Das Thema interessiert mich, weil eben, wie wir schon gesagt haben, mich interessiert einfach, mich interessieren Menschen. Menschen bringen anderen Menschen Glück. Es ist schön, sich mit anderen abzugeben. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Menschen brauchen andere Menschen und in dem Zusammenhang ist Behinderung natürlich auch ein Thema. Einerseits, weil jeder von uns so seine Besonderheiten hat, seine Ecken und Kanten. Und andererseits, weil das Thema Behinderung natürlich irgendwie zurzeit, aber auch in der Vergangenheit, kein besonders leichtes Thema war. Dass es einfach, es wert ist, meiner Meinung nach, dass man sich damit nochmal auseinandersetzt. Sie hören, meine Damen und Herren, sehr, sehr vielfältig. Ganz, ganz viele Aspekte des Menschseins, des Bereiches Behinderung. Ja, also ich freue mich richtig auf die nächste Zeit. Schauen wir, wo es uns hinbringt. Mona, du hast uns einiges an Musik mitgebracht. Wir haben so am Anfang ja das schon gespielt. Was könnte man denn jetzt an anklingen lassen? Gute Frage. Lass mich mal überlegen. Ja, weil ich vielleicht vorher angesprochen habe, so das Thema Behinderung, das ja eigentlich mit dem großen Thema Teilhabe zu tun hat. Könnte man eine samische Sängerin einspielen. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Marie Boyne, glaube ich. Die ich noch nicht so lange kenne jetzt. Ja. Und die für mich eben ein sehr schönes Lied. Da singt, das jetzt gleich kommt. Ja, schön, schön. Meine Damen und Herren, Sie sehen, ganz international spielen wir gern ein. Ja, nicht schlecht, Mona. Wirklich fantastische Musik. Ja. Mona, ich habe ein bisschen nachgeschaut. Auch nochmal Erklärung von Behinderung. Habe ein bisschen nachgeforscht, so im Internet. Ich bin da auch so, wie bei der letzten Sendung, auch hier wieder auf den Duden gekommen. Habe ein bisschen geschaut. Was steht denn da drinnen? Was ist denn das überhaupt? Behinderung. Was sind denn so die Bedeutungen von Behinderung? Da steht drinnen behindern, behindert werden. Es steht drinnen jemand, also etwas, was jemanden behindert. Spannend, dass eigentlich da Behinderung selber wieder mit Behinderung erklärt. Ein bisschen begreifbarer, glaube ich, wird es bei den Synonymen. Da steht drinnen Beeinträchtigung, Schwerung, Hemmung, Komplizierung, Störung, Unterdrückung, Verkomplizierung, Verzögerung, Obstruktion, Barriere, Erschwernis, Fesseln, Handicap, Hemmnis, Hemmschuh, Stolperstein, Umgangssprachlich, Klotz am Bein. Ich habe dann ein bisschen weiter geschaut, also ins Wikipedia. Da steht drinnen Behinderung. Beziehung bezeichnet eine dauerhafte und gravierende Beeinträchtigung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Teilhabe, beziehungsweise Teilnahme einer Person, verursacht durch das Zusammenspiel ungünstiger Umweltbedingungen, in Klammer Barrieren und solche Eigenschaften der behinderten Personen, die Überwindung der Barrieren erschweren oder unmöglich machen. Mona, was verstehst du unter Behinderung? Ja, also ich wollte zuerst eigentlich einmal anmerken, als du die ganzen Bezeichnungen vorgelesen hast, dass man ganz gut merkt, irgendwie den Zeitgeist etwas auszudrücken. Ja, der ist ganz gut unterstrichen worden. Und zwar, dass es eigentlich eine traditionelle oder vergangene Sichtweise ist, Behinderung an einer Person festzumachen. Also einfach zu sagen, das ist eine Behinderte oder ein Behinderter und damit irgendwie zu sagen, ja, eine Person, die einfach so sein muss und es gibt keine anderen Möglichkeiten. Und glücklicherweise ist man davon ein Stück weit abkommen, indem man die Gesellschaft ein bisschen mehr unter die Lupe genommen hat und den Mensch als in Relation zu seiner Umwelt anzusehen begonnen hat. Und das Wort Teilhabe, das beschreibt ja eigentlich ziemlich gut, dass eben die Gesellschaft ermöglicht entweder, dass jemand mehr oder weniger Teil hat am gesellschaftlichen oder und am wirtschaftlichen Leben. Und ich habe mich auch ein bisschen noch einmal im Vorfeld dieses Gesprächs jetzt mit der Definition von Behinderung auseinandergesetzt und habe zurzeit ein Buch von der Barbara Autland eben zum Thema Behinderung und Sexualität, was ja ein sehr interessantes Thema momentan ist, das Gott sei Dank Beachtung findet. Und da wird eben eine bio-psychosoziale Sicht zum Thema Behinderung genannt, wo es einerseits ums Können geht, ums Wollen und andererseits ums Dürfen. Können können im Sinne von physischen und psychischen Möglichkeiten, die ein Mensch eben hat, wenn er geboren wird und auf Erden sozusagen lebt, Wollen im Sinne von Motivation und psychische Eigenschaften und dürfen im Sinne psychosozialer Umgebungsbedingungen. Also was erlauben wir eigentlich jemandem, der vielleicht einfach eine größere Schrift bräuchte, um sich in der Welt besser zurechtzufinden? Ermöglichen wir das einer Person auch oder schreiben wir alles klein und kompliziert, sodass sich fast niemand mehr auskennt? Also meine Damen und Herren, Sie hören, da hat sich Gott sei Dank was getan, so im Laufe der Geschichte, weg von, ich habe da jemanden, der alleine dafür verantwortlich, wie immer das dann ausschaut, hin zu wirklich was Größerem, wo viele Teile einfach auch damit beschäftigt sind. Ganz ein interessantes Zitat habe ich in dem Bezug auch noch von Vincent van Gogh gefunden. So, ich denke mir, Behinderung hat ja auch immer wieder mit dem was zu tun, was ist normal und was ist ab- oder unnormal. Und in diesem Bezug hat er ja ganz was Interessantes geäußert. Er hat so gesagt, die Normalität ist eine gepflasterte Straße. Man kann gut darauf gehen. Doch, auf ihr wachsen keine Blumen. Das heißt, ja, ich glaube, was es heißt, da können Sie gern drüber nachdenken. Mona. Sehr interessantes Zitat. Ich denke ja, dass das ein häufiges Phänomen ist. Einerseits sind wir da auf dieser Welt und haben ein Leben und eine Möglichkeit, uns mit unserem ganzen Sein da mit den anderen in Beziehung zu setzen. Aber oft ist es ja so, dass es einfach viele Schranken gibt und dass man sich das Anderssein ganz früh abgewöhnt, dass das einfach nicht erlaubt ist. Und, ja, dass dann einfach auch diese Vielfalt flöten geht und dass man, ja, ein Leben lebt, das mehr oder weniger lustvoll ist und, ja, das eigentlich einer ganz wichtigen Komponente beraubt worden ist. Anderssein, lustvoll, Normalität. Ich glaube, da sind wir auf einem ganz, ganz wichtigen Weg. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass es ganz, ganz leicht ist, Anderssein, ja, überhaupt zu definieren, zu sagen, okay, es gibt die anderen, es gibt mich, ich gehöre nicht dazu oder ich gehöre nur zur normalen Gruppe, die anderen sind unnormal. Aber ich glaube auch, wenn wir so in diesen Kategorien denken, dann öffnet sich uns keine Begegnung zu dem anderen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, und das gerade so in dem Bereich Normalität und gerade so in dem Bereich Behinderung uns ein bisschen so auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wo kennen wir denn das selber von uns? Ganz interessant hierzu, ich habe da ein bisschen geschaut, Richtung Behinderung, warten Sie mal, da finde ich es, genau, da hat es eine Mikrozensus-Umfrage gegeben, die war allerdings 2007, 2008. Auf die aufbauend war dann zum Beispiel ein aktueller UN-Bericht, die aktuelle UN-Konvention im Behindertenbereich. Was mich da erstaunt hat, war so das, die haben einen Unterpunkt aufgegriffen, so in dem Punkt Anzahl der dauerhaft beeinträchtigten Personen. Da haben die ein bisschen verglichen und geschaut, wie schaut denn das aus von Beeinträchtigung, von Behinderung? Wie viel ist denn das Phänomen ausgeprägt, so in der Gesamtpopulation, in der Gesamtbevölkerung? Sind wir ein bisschen hochgeschlossen, natürlich haben die nur einen gewissen Teil befragt, die haben hier bei dieser Umfrage, was haben wir denn da, ja, 8195 zufällig ausgewählte Personen befragt und haben da ein bisschen hochgerechnet. Ja. Was rausgekommen ist, wenn wir uns das anschauen, ist so, dass jeder fünfte der Befragten angibt, gesundheitliche Beeinträchtigungen zu haben. Und was auch rauskommt ist, wenn wir das anschauen, so im Laufe der Entwicklung, wenn wir anschauen, dass zum Beispiel, wo habe ich es denn da, bei den 20-Jährigen, da sind 6,2% Männer mehr als wie Frauen. Bei den bis 60-Jährigen haben wir 16,3% bei den Männern, 14,7% bei den Frauen. Und wenn wir aber jetzt weiter raufgehen, da sind wir annähernd an die 50%. Ja. Das heißt also, Beeinträchtigung, Behinderung, behindert werden, meine Damen und Herren, das betrifft nicht nur die anderen, das betrifft uns alle, das betrifft auch sie. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, darüber nachzudenken. Bevor wir da weiterreden über das Thema Monat, so viel schöne Musik, spielen wir doch noch was ein. Ja, also ich würde sagen, da würde jetzt eigentlich ganz gut Moonshadow von Cat Stevens dazu passen. Ja, gern. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch auf 105,9 Freirat Stadtgebiet Innsbruck. Sie können diese Sendung auch im Internet nachhören auf www.sinn-los.at Da können Sie zum einen vergangene Sendung herunterladen, zum anderen können Sie sich ja informieren, was für andere Sendungen auch zukünftig kommen werden. Die nächste Sendung wird zum Thema Märchen und Sinn sein, aber es folgen dann auch noch ganz interessante Sendungen zum Thema Jugend und Sinn. Dann kommt der praktische Arzt und Homöopath und das Thema Sinn. Dann kommt ein türkischsprachiger Sozialarbeiter und der bringt ein bisschen so diesen interkulturellen Aspekt herein. Ich bin dabei einen Imker dafür zu begeistern auch in die Sendung zu kommen und und und. Sie hören ganz ganz vielfältig. Meine Damen und Herren, wenn Sie gerne in der Sendung vorkommen wollen, bitte schreiben es mir an Mail. Sie finden die Adresse auch auf der Internetadresse. Sie können mir auch gerne Wortbeiträge schicken, entweder als WAV oder Impact3 Datei, wie auch immer und ich baue sie auch gern in die Sendung ein. Auch werden wir schauen, dass wir vielleicht bei den nächsten Sendungen wieder die Möglichkeit eröffnen, dass Sie live ins Studio kommen und anrufen können. Geht jetzt heute nicht, weil diese Sendung eben aufgezeichnet worden ist und ich mich zur Zeit im Urlaub befinde. Die heutige Sendung zum Thema Behinderung und Sinn mein Studie Gast hier im Studio Mona Schneck-Skihab eine klinische Psychologin eine Fachfrau auf sehr vielfältigen Gebieten der Psychologie zum Teil ja was zum Teil wenn man es überhaupt Teil sagen kann Erfahrungen im Bereich von Kindern Erfahrungen im Bereich der Elternarbeit Erfahrungen mit Menschen mit Mehrfachbehinderungen und 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 also Mona hat sich am Anfang auch so vorgestellt so Erfahrungen oder Interesse an der Arbeit mit Menschen und ich glaube gerade diese Lebensfreude und dieses Interesse kommt heute ganz gut rüber bei meinem Studiengast gerade auch zu diesem Thema vor Moonshadow haben wir uns über über eine Mikrozensus Erhebung aus dem Jahr 2007 unterhalten wir haben uns über ja verschiedene Beeinträchtigungen während unseres gesamten Lebens unterhalten und da hat mich die Mona ein bisschen so gestupst während dieser Musik und hat gesagt halt 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 da möchte ich unbedingt noch was dazu sagen Mona was möchtest du uns dazu sagen ja was mir da wichtig wäre ich bin ja auch Gesundheitspsychologin und in dem Sinne ist es mir natürlich auch total wichtig ein bisschen vielleicht zu unterscheiden Krankheit ist das das gleiche wie Behinderung ich würde sagen nein wie wir vorher schon gehört haben hat Behinderung natürlich viel mit Teilhabe zu tun aber wenn es jetzt so ist dass jemand einfach eine Besonderheit mit ins Leben bringt dann würde ich das lieber nicht als Krankheit bezeichnen Krankheit impliziert immer so das Bedürfnis behandelt zu werden das Patientsein das Inaktivsein Empfänger einer Hilfsleistung mir wäre es wichtig zu unterstreichen dass wir doch alle miteinander Menschen auf dieser Welt sind und dass wir alle ja mit dem mit einer Kraft und einer Weisheit jeder für uns nebeneinander stehen und miteinander sein können und in dem Sinne ja war es mir einfach wichtig das nochmal zu unterstreichen vielleicht kann ich da gleich anknüpfen zum nächsten Gedanken und zwar weil wir ja über Sinn und Behinderung sprechen ja im Vorfeld dieses Gesprächs habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht und habe mir so überlegt erstens ja wie viel Sinn macht es dass ich jetzt da heute sitze bin zu dem Schluss gekommen es macht sehr viel Sinn eben deshalb weil ich mich einfach nur als Teil einer Gesamtgesellschaft sehe von vielen unterschiedlichen Personen und habe mir da so die Frage gestellt sind wir nicht alle anders würde sagen ja und als Teil dieser Vielfalt sehe ich mich und sitze gern da und auch mit dem Hintergedanken dass sie wenig gern zwischen behindert und nicht behindert unterscheide sondern dass es mir ganz wichtig ist zu sagen es gibt eine Kontinuität und es gibt nur ein mehr oder weniger für mich mehr oder weniger Kontinuität ja Mona du hast sowas gesagt wie Sinn Mensch Beziehung so was was könnte der Sinn dahinter sein dass du da bist du hast gesagt ja du als Teil der wie war es Gesamtbevölkerung Gesamtgesellschaft Gesamtgesellschaft ja da habe ich auch ganz was interessantes gefunden dazu so aus dem Buch ich kann nicht das ist ein Tagungsbericht der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse und der Titel wäre Behinderung als menschliches Phänomen da wird ein bisschen da drauf auf die verschiedenen Aspekte eingegangen Richtung Behinderung es wird auch viel über Sinn geschrieben und ein Zitat hat mir da ganz gut gefallen ja könnte man zu diesem Thema aber auch zu anderen Themen hernehmen dass der Dialog zwischen Mensch und Welt im Wechselspiel von gegenseitigem Gegen und Nehmen das ist eigentlich um was es geht da entsteht Sinn also von dem her glaube ich passt es ganz gut dass du da bist dass du auch darüber redest und ich denke mir es ist auch richtig dass du das bist wenn jemand anderer da wäre nicht nur vielleicht sondern würde sich ein anderes Gespräch eröffnen wir täten über das Thema reden wir täten anders reden das heißt indem du dir diesen Platz diese Verantwortung indem du die so einbringst mit deinem wie du auch bist wie du auch die Umgebung wie du die die Menschen wie du deine Arbeit wie du Normalität Anormalität wie du Behinderung nicht Behinderung erlebst genau um das geht und genau in dem was sich da eröffnet ja entsteht Sinn ich habe da einen interessanten Artikel von Alfred Lengli gefunden und der beschreibt auch ganz ganz treffend dass weil du jetzt hast gesagt hast du möchtest ja diese Trennung zwischen krank und gesund dass das eigentlich nichts mit behindert oder nicht behindert zu tun hat er sagt es auch von dem her so in Richtung behindert sein stellt eigentlich ein Kennzeichen unserer Existenz dar das heißt ganz klar wir erleben immer eine Bedingtheit und eine Begrenztheit der Faktizität also von außen ja und auch von innen eine Begrenztheit unseres menschlichen Könnens das heißt das gehört auch dazu dass wir das erleben das heißt wir haben als Menschen zwar immer so beschreibt das weiter ein Traum dass alles leicht ist alles frei alles unbeschwert ist ja und wir haben auch so eine Sehnsucht nach einem grenzlosen nach einem schweben nach einem andauernden glücklichen Zustand ja nur Realität heißt Begrenztheit und genau aus dem außer entsteht auch das Leben ja ich würde auch sagen also ich möchte mich da gerne anschließen und würde einfach nur ergänzen und in diesem allen sind wir aktive Wesen und um diese Aktivität oder diese doch Teilhabe zu unterstreichen würde ich zum Thema Sinn gerne noch hinzufügen was ich besonders von Menschen gelernt habe die vielleicht mehr anderes eingebracht haben als andere und das war zum einen sie haben meinen Kontakt zur Ganzheitlichkeit gestärkt meinen Blick geschärft aufs Wesentliche und meine Perspektiven zum Leben vervielfältigt und waren in dem Sinn tolle Lehrer für mich da kann ich mich noch anschließen bei meinen Erfahrungen auch mit vielfältigen Menschen aber auch so wie du beschreibst so dieses ganz zentrale um was es geht im Leben das ganz zentrale worauf kommt es denn überhaupt an das kommt da ganz ganz unmittelbar rüber ja meine Damen und Herren das letzte Mal bei der letzten Sendung wenn sie sich erinnern können die fünfte Sendung zu dem Thema das ist so lange her jetzt lassen sie mir überlegen was war denn das noch gleich irgendwie ist mir aber jetzt wirklich der Faden gerissen ah ja Nähern und Sinn sie wissen 4. Oktober beziehungsweise können sie es gern nochmal nachhören nähren und Sinn mit Gretli Köhle da ist ja ganz ganz viel um zum einen Ernährung aber auch was braucht der Mensch dass er überhaupt auf der Welt ist da ist um Zuneigung gegangen da ist um angenommen werden gegangen da ist eigentlich um die ganz ganz basalen Grundbedürfnisse gegangen wenn sie sich erinnern können oder wenn sie nochmal hineinhören wollen da habe ich ihnen auch so die vier existenziellen Grundbedingungen vorgestellt dazu mal mit einem Steine Gleichnis diese Bedingungen noch einmal ganz kurz zum wiederholen werden stellen sich das Leben als eine Tischplatte vor die getragen wird von vier Tischbeinen ein Bein wäre die Welt wäre Realität wäre das Faktische wäre das was brauche ich für Grundbedingungen dass ich überhaupt auf der Welt sein kann aber auch beim heutigen Thema wo habe ich natürlich ganz klar Begrenztheit wo merke ich eine Behinderung in was für Bereichen merke ich auch da würde ich vielleicht gern anders sein beziehungsweise merke ich ja irgendwas hemmt behindert mich beziehungsweise lasst mich nicht so sein wie ich bin wie wir damit umgehen kommen wir vielleicht noch dahin der zweite der zweite Bereich oder das zweite Stuhlbein wäre das Leben an und für sich aber mit der Qualität es geht hier um Gefühle es geht um Beziehung es geht um Werte es geht aber eigentlich so um dieses Wahrnehmen um dieses mag ich leben mag ich da sein wie fühlt sich das an wie ja wie schmeckt das Essen nach was schmeckt das Essen das dritte wäre der Bereich der Autonomie der Bereich des Authentischen der Identität das heißt da geht es um Fragen wie die Mona zuerst schon gesagt hat so aus einem anderen Kontext herein aber darf ich so sein wie ich bin auch da kommt wieder das herein mit meiner Begrenztheit werde ich so angenommen von der Welt darf ich überhaupt so sein oder muss ich mich immer anders verhalten um gesellschaftlichen Normen gerecht zu werden darf ich also überhaupt nicht ich sein sondern muss eine gewisse Rolle nach außen wiedergeben die eigentlich nichts mit mir zu tun hat und der vierte Bereich wäre genau dieser ursprüngliche Bereich von Viktor Frankl das wäre der Sinn Bereich das heißt was mache ich denn wieso mache ich das was ich mache was für einen Sinn hat das für mich stehe ich dahinter bringst das für mich beziehungsweise ja was sind wirklich so diese Gründe was ist der Wert da drinnen soll das so sein wie es ist oder wäre es besser wenn es anders wäre ich glaube vier ganz ganz zentrale Fragen und sie können glaube ich sich ganz gut visualisieren diese Fragen mit dem Tisch aber ich glaube man kann sich auch ganz gut vorstellen was meinst du dazu Mona die Fragen betreffen uns die Fragen betreffen ein Kind die betreffen alten Menschen die betreffen genauso einen Menschen mit Behinderung na 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 da geht es ums Leben natürlich die betreffen uns und ähm ja denke ich mir die kämmen immer wieder vielleicht mal weniger stark mal rücken sie mehr in den Mittelpunkt was mir jetzt während du so gesprochen hast einfach noch eingefallen ist ähm ja ist das Thema Kontakt ähm weil ich mich so gefragt habe ja ähm wie wie können wir denn lernen wie können wir ähm dranbleiben in Bezug jetzt auf diese Fragen oder auf der Suche nach Antworten und ähm für mich ist die Antwort indem wir Kontakt halten einerseits eben wie du gesagt hast in der Annahme von uns selbst in dem angenommen sein durch unsere Eltern durch unsere Mitmenschen und dann auch in der Annahme ähm der Personen die uns gegenüber seien indem wir eine Sprache finden oder lernen mit dem Wesen dem Menschen der uns gegenüber sitzt aber eigentlich allem das auf auf der Welt einfach existiert in Kontakt zu treten und das macht es möglich ähm auf diesem Lernprozess auf dieser Reise weiter zu wandern und ja eigentlich den Reichtum der sowieso schon da ist zu sehen und ja und denke ich mal dann wird es auch möglich dass man nicht nur in uns selber sondern auch in unserem Gegenüber diese ja diesen Reichtum oder diese Fülle wahrnehmen ähm die da ist und das zu genießen genießen Kontakt Wahrnehmung ganz ganz wichtige Themen so wie du sagst als Grundlage überhaupt für das dass wir in Kontakt kommen können wollten wir ihnen heute wir sind jetzt schon sag ich mal fast beim Ende deswegen passt wollten glaube ich ganz gut wir wollen es auch immer noch so ein bisschen einen Zugang zu diesem Thema öffnen einen Zugang zu dem Thema was zum einen sie selber betrifft mit ihrer eigenen Begrenztheit mit ihrer eigenen Un An Normalität wir wollten ein bisschen hinterfragen was ist normal gibt es sowas wie ohne Behinderung sein überhaupt oder hat das mit uns alle zu tun wir wollten ihnen auch ein bisschen den Unterschied erklären oder sie zum Überlegen anregen in Richtung ja gehört es nicht zum Leben dazu gehört Behinderung nicht zu unserem Leben dazu indem sie es selber von sich kennen glaube ich können sie besser mit dem umgehen was auch alles da ist der Mensch versucht alles mit dem er nichts kann mit dem er das was er von sich selber nicht kennt oder von der Umgebung nicht kennt eher von sich abzustoßen irgendwo anders hinzutun und sagen nein das betrifft mich nicht mit dem brauche ich mich nicht auseinandersetzen und gerade ich glaube gerade dieser Bereich das ist was ja wenn es um wenn es um Ausgrenzung geht dann sind wir in einem Bereich drinnen da kann einfach keine Begegnung entstehen und das wer einer durchschaut gerade bei so einem Thema meine Damen und Herren dass ich das nicht vergiss ich wollte Ihnen ja eigentlich noch ganz kurz Sinn-Gedanken einspielen wie bei jeder Sendung ja ich glaube lassen wir Leute noch zu Wort kommen zum Thema Sinn schauen wir mal was die dazu zu sagen haben Sinn Gedank Gedank Gedanken mit Sinn der Sinn des Lebens für mich ist meine Familie und mich glücklich zu sehen und ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen die Welt ist ein großer unkultiviertes jardin wenn man es einfach blühen kann ich denke immer als ein jardiner er muss so stolz sein wenn er seinen jardin blühen und ich denke wenn Menschen so denken ich meine die Humanität wäre viel besser Sinn Sinn nur Sinn wenn man ihn nicht überbewartet ist meine Meinung ich denke man soll nicht zu viel in der Sinnsuche versinken Sinn macht für mich wo ich mich frei wo ich so das Gefühl habe da tanke ich so meine Seele auf das ist so ein Urpunkt der ganz also das ja immer wieder such und wo ich mich dann ganz verbunden fühle mit der Welt und ganz sinnhaftig auch erlebe und da gibt es mehrere Bereiche einer ist wenn ich wandern gehe und das sind für mich so ganz spezielle Plätze wenn ich Wasser höre wenn ich am Bach höre wenn ich vielleicht ein kleines Rinnensaal so aber eher wenn ich ein bisschen kräftigeren Bach höre und auch die Luft erlebe und dass ich mich so vorderbewege und ganz stark empfinde ich das wenn ich allein bin oder auch wenn ich mit Menschen beieinander bin die da schweigen können und das irgendwie auch auf ihre Art so in sich aufnehmen also das ist für mich so beides einmal allein und einmal schon in Gemeinschaft aber wenn man so die Zeit hat das Schweigen hat dazu eben die Umgebung so aufzunehmen wo man ist das macht für mich Sinn und das stärkt mich auch für den Alltag und tippt manchmal 14 Tage lang an manchmal Sinn Gedanken Gedanken mit Sinn Auch heute wieder ganz ganz vielfältige Gedanken zum Thema Sinn Sie haben auch so das gehört von der von der MUI das war so die zweite Sendung da ist um Sozialprojekte und Sinn gegangen das war Skype Interview deswegen die schlechte Qualität Ja wenn Sie es ganz hören wollen hoch uns nochmal hinein Wir sind jetzt schon beim Ende der heutigen Sendung angekommen Thema war Behinderung und Sinn mein heutiger Studiogast Mona Schneck Schiehab Mona vielen vielen Dank dass du in der Sendung warst ich glaube wir haben vieles ein bisschen andenken können für was genaueres fehlt leider wie auch bei den anderen Sendungen in die Zeit aber vielleicht kommst du wieder mal in die Sendung hat mir total Spaß gemacht mit dir Mona du hast gesagt so zum Schluss möchtest unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein bisschen was mitgeben ja was wäre das ja ich wollte mich vorab auch nochmal bedanken mir hat es auch sehr Spaß gemacht würde es gern noch einmal machen aber jetzt vielleicht zum Abschluss noch einige Gedanken die ich Ihnen auf den Weg geben möchte und zwar ja ist mir die Frage gekommen wo stehen wir eigentlich auf dem Weg zur wirklichen Teilhabe sozial aber auch wirtschaftlich gesehen warum wollten wir einst aufrecht gehen wo brauchen wir Treppen wirklich wie könnten wir klarer miteinander sprechen brauchen wir wirklich so viele Titel ja das wollte ich Ihnen einfach noch mitgeben und vielleicht könnte man ja zum Abschluss noch ein bisschen Musik spielen gerne meine Damen und Herren wir hören uns wieder im Dezember den ersten Donnerstag im Dezember mit dem Thema Märchen und Sinn wir wünschen Ihnen noch einen sinnvollen Abend mit dem Vielen Dank.